Ausgehend von einer Excel-Liste möchte ich einen Word-Serienbrief erzeugen. Allerdings gibt es pro Datensatz in Word mehrere Detailzeilen in Excel. Das heißt, mein Word-Dokument ist nicht 1 zu 1, sondern soll mehrere Datenzeilen pro Datensatz anzeigen. Ein Problem, was ich mit Office 365 schnell lösen kann, wenn ich die dynamischen Rationen verfügbar habe. Ansonsten muss ich da halt ein bisschen tricksen. Doch schauen wir uns das Ganze doch mal an hier. Ich habe hier zwei Seriendruckfelder, einmal Mitarbeiter, einmal Abteilung und lade ein zu unserem Online-Excel-Stammtisch am 8. April 2020. Der findet wirklich statt. Und ich lasse mir jetzt mal die Vorschau auf die Ergebnisse anzeigen. Und dann sehe ich für die Abteilung Leitung zum Beispiel diese Daten, für die nächste Abteilung diese Daten. Ups, ich sehe, da muss ich noch einen Tab-Stop verschieben. Zopp, dann sind auch alle schönbündig ausgerichtet. Und mehrere Spalten geht natürlich auch, wenn mehrere Leute in den jeweiligen Abteilungen sind. Und pro Abteilung bekomme ich dann immer komplett die Liste aus meinen Daten. Und die sind, gucken wir mal ins Excel rüber, die sind dermaßen gestaltet, dass ich hier einfach eine Tabelle habe. Und diese Tabelle hat hier die Abteilung und die wiederholen sich. Da sind mehrere Leute in der Technik, mehrere Leute im Sales. Und die Namen, die hier stehen und die Altersdaten, die möchte ich halt zu Word übergeben. Ich nutze als Datenquelle nicht diese Tabelle, sondern ich behelfe mir, indem ich die Daten einmal auf einer anderen Seite spiegele. Einmal lasse ich mir nämlich die Abteilungsnamen anzeigen und dahinter die jeweiligen Leute pro Abteilung. Darauf verweise ich. Ich verweise auf diese Liste, nicht auf die Originalliste, sondern ich erzeuge aus dieser 220, 225 Leute Liste, erzeuge ich so eine kleine Hilfstabelle, wo ich sehe, pro Abteilung, wer ist da drin. Und diese Daten, auf die verweise ich dann. Wer jetzt das mit den neuen dynamischen Arrays noch nicht hat, kann sich dabei auch helfen. Und zwar mein Trick ist hier, damit pro Zeile der jeweilige Name kommt, ich verweise mit Zeichen 10, also ich verweise nicht erst, ich erzeuge einen Zeilenumbruch, so ein Linefeed. Und dieser Linefeed erzeugt dann halt die Datensätze, die ja untereinander angezeigt werden sollen. Nur mit den dynamischen Arrays gelingt es mir, wirklich dynamisch genauso viele Daten, wie auch drüben sind, hr, sind genau diese 1, 2, 3, 4, 5, sind das 5? 5 Daten, ähm, nee, 4, die hier drüben sind, hr, gucken wir doch mal, die kann ich dann auswerten. So, 4, da, die 4 sind es, war nur so ein langer Name drin, das hat mich irritiert. So, bauen wir das Ganze mal auf. So, ich habe die Datei einmal neu angelegt, ähm, den Wordbrief mache ich mal zu. Und mache das einmal ganz neu. Also, das hier sind meine Daten. Diese Daten, das ist die Tabelle, Tabelle 1, kein schöner Name, nenne ich mal Tab-Namen. So, und hier ist ja eine Spalte mit den Abteilungen. Und jetzt kann ich einfach folgendes machen. Jetzt gehe ich einfach auf eine andere Seite und schreibe gleich Tab, da steht es, Tab-Namen. Eckige Klammer auf, Abteilungen. Abteilung. Jetzt werden mir alle Abteilungen von drüben wiederholt, das sind halt die dynamischen Arrays. Okay, ein bisschen tiefer, ich mache da noch eine Überschrift drüber, das ist die Abteilung. Jetzt wiederholen sich aber die Abteilungen. Okay, das möchte ich nicht. Also, eindeutig davor geschrieben. Eindeutig. Und damit bekomme ich jede Abteilung nur einmal. Das heißt, jede Abteilung ist hier nur einmal erwähnt. Mit der Funktion sortieren hätte ich das jetzt auch noch alphabetisch sortieren können. Also, Teil 1. Mit eindeutig lasse ich mir einfach die Abteilung, die es drüben gibt, anzeigen. Haben wir jetzt hier zum Beispiel noch eine Abteilung, die heißt Feelgood. Also, die kümmern sich um einen einfach. Gucken, dass es einem gut geht in der Firma. Habe ich auch die Abteilung Feelgood hier mit bei. Ja, taucht hier mit auf und zwar als fünfter Punkt, weil das ist ja auch der fünfte. So, jetzt haben wir ja in dieser Tabelle Tab-Namen abhängig von den Abteilungen dort bestimmte Namen stehen. Die sollen hier hinter stehen, weil untereinander geht ja nicht. Also, hier müsste ja sonst ganz oft die Leute der Leitung stehen und dann müsste auch Leitung daneben stehen. Nein, ich mache es nach rechts. Es soll nach rechts geschrieben werden. Und zwar mache ich das einmal für die Leitung beispielhaft. So, ich schreibe das Wort Leitung da mal rein. Vergrößere das auch ein bisschen. Und nutze die Funktion Filter mal. Filter. Im Gleichzeichen voran ist nicht schlecht. Im Gleichzeichen voran sage ich, gehe mal in die Spalte der Namen. Da kann ich einfach die Spalte vorne markieren, auf die andere Tabelle wechseln, markieren. Die Namen sind hier gesetzt und jetzt ein Semikolon. Jetzt mein Filterkriterium unter der Bedingung, dass die Abteilung gleich, und jetzt klicke ich rüber, gleich dem Namen ist. So, dieses mit den Tabellennamen da vorne nehme ich unbedingt noch weg. Also I6, wenn das I6 ist. Und dann sehe ich die Namen alle untereinander. Das Problem ist, die Namen stehen jetzt untereinander und ich weiß ja nicht, wie lang das wird. Also es könnte ja sein, dass die Liste länger wird oder mal kürzer ist. Und dann soll ja die nächste Abteilung kommen. Von daher will ich die Sachen mal nebeneinander packen. Das mache ich einfach mit Textverketten. Das packe ich da vor. Textverketten. Mit Textverketten sage ich, okay, trenne mir die mal mit einem Komma-Leertaste. In Anführungszeichen Komma-Leertaste. Und leere Zellen ignorierst du mal. Und dann kommt der Text, der da verkettet werden soll. Das war ja der, der jetzt untereinander steht. Und der steht jetzt rechts nebeneinander. Und jetzt steht er aber nebeneinander einfach. Und da hätte ich auch statt des Kommas auch einfach Zeichen 10 nehmen können. Zeichen, Klammer auf, 10, Klammer zu. Das ist der Zeilenwechsel. Den sehe ich jetzt nicht. Dafür müsste ich erst den Textumbruch einschalten. Und dann werden mir die Daten auch untereinander angezeigt. Das heißt, je nachdem, was ich hier reinschreibe. IT, jetzt sehe ich die Leute aus der IT. HR, das waren die vier aus der HR. Ich mache die Spalte mal breiter, dann sieht man, das waren vier. Sales sind ein paar mehr. So, die Liste ist sehr hoch. Und das ist ja eine Zeile hier. Das ist ja eine Zeile. Und auf die Zeile kann ich im Wirt-Serienbrief zugreifen. Das heißt, der zieht sich dieses eine Feld und den Zeilenwechsel, den nimmt er da auch automatisch mit. Ich zeige mal, was ich in der Formel hier jetzt machen muss. Also, ich verweise, das sind also die Mitglieder, die Namen. Ich verweise also auf, mit Textverketten, das kommt erst mal voran, Zeichen 10, hat man gerade auch, war, ich verweise also mit Filter auf den Namen, hänge dann mit dem UND-Zeichen ein Komma-Leertaste dahinter und mache noch ein UND und möchte das Alter haben. Das möchte ich dahinter auch sehen. So, ich habe jetzt hier kein Tab-Zeichen gesetzt. Also, das heißt, das Alter klebt immer direkt hinter dem Namen. Das hat man gerade in dem Wirtbrief anders gesehen. So, aber ich möchte jetzt nicht den Namen und Alter von allen haben, weil das wird er momentan machen. Ich möchte einen Filter setzen. Und, ja, Filter ist, dass hier bei der Abteilung das steht, was in der Zelle A2 steht. Das ist drüben gerade auf dem Blatt 2, die Zelle. So, Filter die Klammer geschlossen, Textverketten die Klammer geschlossen. Jetzt sehe ich die Namen und die Altersdaten hier untereinander. Ich ziehe das mal runter. Und jetzt sehe ich pro Abteilung hier die Namen und die Abteilung. So, was habe ich in meinem Beispiel gemacht? Da habe ich Zeichen 10 genommen, weil Zeichen 10 ist der Tab-Stop. Den hänge ich noch dahinter. Ich hänge noch einen Tab-Stop dahinter. Und der hatte im Wirtbrief dafür gesorgt, dass die Daten, Zeichen 10, dass die Daten des Alters alle bündig untereinander standen. Und dann, also mache ich noch Zeichen 10 hinter das Komma. Der Zeichen 9, den Tab-Stop. So, der ist der nach rechts, dass man nach rechts ein bisschen Platz hat. Sieht man jetzt hier auch nicht. So, ich habe leider nicht geschafft, die Formel, dass die sich automatisch nach unten ergänzt. Ich ziehe das mal hier rüber. Weil normalerweise kann man auf so eine Array-Funktion verweisen und ein Raute-Zeichen drücken. Und dann, ja, wiederholt der das da einfach. Dann könnte ich jetzt noch schreiben und hänge mir noch drei Neunen dahinter. Ja, und dann macht er das schön dynamisch. Aber warum hat er die hier nicht auch so dynamisch? Hatte ich versucht. Ich hatte versucht hier, das ist ja die einzige Stelle, Moment, die einzige Stelle, wo ich hier A2 den Filter, den Bereich daneben anspreche, Raute dahinter. Ja, dann kommt hier leider NV. Moment, ich lösche das auch mal. Ne, bleibt NV. Hat hier leider nicht geklappt. Ja, vielleicht habt ihr da noch einen Trick, wie sich diese Formel automatisiert mit nach unten kopieren kann. So, und diese Daten, das sind nun meine Serienbriefdaten, SB nenne ich es so mal, die könnte ich nun verwenden. Ich habe das noch mal in einem anderen Beispiel vorbereitet, weil ich habe hier auch Datumswerte und Uhrzeit und genau sowas könnte ich natürlich auch machen, dass ich sage, ich möchte wissen, wer kommt an welchem Tag, dass hier die Liste von Bewerbern zum Beispiel chronologisch sortiert untereinander steht. Ja, ihr könnt euch ja die Formel mal angucken, Screenshot machen und nachbauen. Die, die den Excel-Stick haben, die können sich die dann auch rauskopieren. auskopieren, Datei 10, 38 ist das. So, nutzen wir das mal. Hier sind die Daten des Serienbriefes mit Tabstop, mit Linefeed, also mit Zeilenumbruch. So, machen wir es zu. Die Datei liegt auf dem Desktop, glaube ich. Word aufgemacht. Moment, ist er auf dem Desktop? Da ist er. Word. Neues Dokument. So, Serienbrief, Sendungen, Empfänger auswählen. Vor allem eine Liste, die hole ich mir vom Desktop. Da ist die Excel-Datei, da ist die Datenquelle. So, das Blatt hieß SB. Das heißt, da sind ja nicht so viele Daten. Jetzt stehen mir diese beiden Spalten, Abteilung und Name, zur Verfügung. Abteilung und Namen und die anderen auch irgendwie. Vielleicht hatte ich da was benutzt. Abteilung und Namen. Wenn ich mir das jetzt schon anschaue, passt schon. Hier sind jetzt unregelmäßig die Tabstops, weil die Namen sind mal länger, mal kürzer. Also gehe ich hier einmal in diese Zeile rein, setze hier händisch ein Tabstopp ins Lineal. Das heißt, an der Stelle, bis zu der Stelle wird gesprungen. Jetzt müsste ich natürlich mal alle Namen durchschauen, ob das immer so in Ordnung ist oder ob die Namen mal viel länger sind. Gut, muss man einmal durchgucken. Ja, sieht aber gut aus. Da, müsste doch noch ein bisschen weiter. Das mache ich aber hier bei der Ansicht der Seriendruckfelder. Das müsste passen. Jupp. Und ich habe einfach, damit die Namen, ich hatte nämlich einmal hier einen Seitenwechsel drin. Hier, damit die Namen hier zweispaltig auch genommen werden, hatte ich hier einmal einen, einen Wechsel im Umbruch. Moment, einen Abschnittswechsel mit Layout, Umbrüche, einen fortlaufenden Abschnittsumbruch. Den sehe ich gerade nicht. Müsste mir dafür die Steuerzeichen anzeigen lassen. Da ist er. Und hier unten, Moment, machen wir mal so. Und hier unten schalte ich jetzt ein bei Layout zweispaltig arbeiten. Das heißt, hier wird zweispaltig gearbeitet. Wenn ich jetzt in den Serienbrief gehe, habe ich automatisiert, Moment, ich nehme die Steuerzeichen wieder raus. Zupp. Sehe ich jetzt hier die Daten auch nebeneinander. Wenn die eigentlich sonst einen Seitenumbruch erzeugt hätten. Sonst kriege ich das gar nicht mit. Ich müsste natürlich, wenn ich unten wieder einspaltig arbeiten wollte, wieder einen Abschnittswechsel einfügen. Also, mit einem Trick habe ich einen, ja, Datensatz erzeugt, der alle Einträge eigentlich in einer Zeile hat. Das war der Trick. Wer jetzt die neue Office-Version nicht hat, der kann natürlich Purzeichen 10 nutzen. Muss da ein bisschen öfter händisch eingreifen. Aber gut, da ist es dann nicht so dynamisch. Aber dann muss die Formel halt ein bisschen länger werden. Ja, also, ich freue mich erstmal, dass es diese Möglichkeit für dynamische Arrays gibt. Hier mehrzeilig 1 zu n, seinen Datensatz anzusteuern. Hier einmal eine Abteilung auszuwählen und mehrere Detailunterstufen über Excel zu erzeugen. Ich freue mich erstmal auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Formelvereinfachung. Wenn ihr schneller informiert werden wollt über neue Videos, abonniert bitte den Kanal und lasst mal den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.